Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Die Kirche ist in der Kirche. Komm nach vorne. Hallo. Wo kommst du her? Aus welchem Land? Venezuela. Venezuela, mashallah. Immer was Neues, Venezuela. Und du willst heute Islam annehmen? Auf jeden Fall. Du bist ganz sicher überzeugt? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Das ist zu leid, das müssen wir ein bisschen nach Cuxhaven hören. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah, das ist schon besser. Nachher machen wir bis nach Hamburg den Tagbier, inshallah. Danke, Brüder. Okay. Du weißt schon, wie es ausgesprochen wird? Oder soll ich vor sagen? Ich sag nochmal vor, inshallah. Okay. Jetzt mit der Absicht, Islam anzunehmen. Mit der Absicht, ja. E-Shadu. 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 E-N. E-N. Noch mal, bis nach Hamburg jetzt. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah, Rom wird mit... Jetzt müssen wir den Bruder mal gratulieren, inshallah, alhamdulillah. Nur weil er den Bruder festigen. Und nur weil er ihn ins Paradies füllen. Und nur gegen eine rechtschaffende Frau gehen. Alhamdulillah, Bruder. Bruder, wenn irgendwas ist, ne? Kommst du aus Bremen? No, aus Oldenburg. Oldenburg? Gut. So, hier, ihr könnt den Bruder gratulieren und ich wollte mich erstmal bei allen entschuldigen.